Das werde ich garantiert später noch irgendwann mal machen. Ich würde jetzt erst lieber nochmal die Mission Grün starten. So, ja, was haben wir jetzt hier gehabt? Achso, das war ein Rennen, okay. Ne, das will ich nicht nochmal machen, das war schwer. Das war böse. Wie man hier sieht, die Connection-Problem- Wir bleiben erstmal beim einen Thema, nämlich bei mir. Ja, ich bin das wichtigste Thema. Ne, Spaß, Leute. Und zwar, mein Kanal wurde wie gesagt damals gesperrt. Ich hatte dann einfach keinen Mut, nochmal einen neuen aufzumachen. Und...